Hallo, ich bin euer Michael von Fähregehen. Heute darf ich euch mal durch unser Video führen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte euch heute einmal unsere neue Plattform vorstellen, und zwar die myFähregehen-Plattform. Wir haben lange mit euch Züchtern und vor allem mit allen Menschen, die sich rund um das Thema Hundezucht beschäftigen, gesprochen, haben auf euch gehört und haben eine Plattform oder besser gesagt eine Partnerbörse für Hunde kreiert. Das heißt, wir finden auf Basis genetischer Daten den bestpassenden Rüden oder die bestpassendste Hündin für euer Zuchttier. Wie das Ganze aussieht, was man da alles sieht und was man alles damit machen kann, das zeige ich euch heute in diesem Video. Das ist mal eine ganz grobe Übersicht, was ihr alles machen könnt. Im Detail in die einzelnen Bereiche gehen wir dann in den eigenen Videos speziell darauf ein. Da weise ich euch dann immer hin und sage euch auch, wenn die eingeblendet werden. In dem Sinn würde ich sagen, starten wir auch gleich los. Wir starten direkt in die Plattform. Ihr meldet euch bei unserer Plattform an, registriert euch, geht einfach auf die myfairagenlab.com, meldet euch an und schwupp sind wir auch schon in der Plattform drin. So jetzt seht ihr da bei mir als erstes gleich natürlich ein Haufen Hunde. Das bedeutet natürlich, ich habe bei mir in meinem Konto schon sehr viele Testhunde angelegt. Bei dem ein oder anderen von euch wird es am Anfang natürlich etwas weniger sein. Da werden vielleicht ein, zwei Hunde drin sein. Aber grundsätzlich ihr seht hier auf der Startseite mal alle Hunde, die ihr in eurem Account registriert habt. Beginnen wir ganz einfach im oberen Bereich. Wir haben logischerweise meine Tiere, wo wir eben auf dieser Hauptseite landen. Wir haben hier die Möglichkeit auch Testkits zu registrieren beziehungsweise einzugeben und wir haben das Dogmatching, wo es dann darum geht, den Zuchtpartner zu finden. Dazu kommen wir ein bisschen später. Und unter diesem kleinen Button haben wir die Kontoeinstellungen. Das ist quasi euer eigenes Konto. Das heißt, hier gebt ihr eure Daten ein, Telefonnummern und so weiter, so dass euch dann auch im weiteren Verlauf, wenn man beim Dogmatching einen Hund gefunden hat, dann direkt mit euch in Kontakt treten kann. Beginnen wir, wie gesagt, auf der Hauptseite. Meine Tiere. Ihr habt zum einen natürlich die Möglichkeit hier, wenn ihr das erste Mal reinkommt, ein neues Tier anzulegen. Poppt das Feld auf. Wir können hier mit dem Plus oder mit Wähle ein Profilbild können wir natürlich ein Bild machen. Das habe ich ja hier, wie man sieht, bei den ein oder anderen Tieren schon gemacht. Ihr könnt die Namen eingeben, die ganzen Daten, logischerweise Rasse, Geburtsdatum, ob er kastriert ist, den Zuchtstatus und so weiter. Alle Felder, die nicht Pflicht sind, seht ihr eh, da steht immer dabei optional. Das heißt, das ist einfach nur ein Hinweis für denjenigen, der dann mit euch in Kontakt tritt. Unter den Detailinformationen, da könnt ihr alle Daten zu eurem Tier eingeben, also sprich euer Tier ein bisschen beschreiben. Es geht auch darum, dass viele Züchter ja gesagt haben, ich möchte ja auch etwas über das Tier wissen, was ich mir eventuell für eine Verpaarung aussuche. Im Anschluss einfach auf Speichern klicken. Wie gesagt, mache ich hier nicht, weil ich habe ja da schon ganz viele Tiere. So, wenn wir uns jetzt ein Tier mal im Detail anschauen, dann haben wir zum Beispiel hier unseren Border Collie und da sehen wir wieder, ich habe da ein Profilbild drin. Wir haben hier die nötigsten Daten des Hundes und wir haben hier die Kontaktdaten. Ansonsten, diese Menüleiste hier oben ist ident mit der Menüleiste herunten. Gesundheitsdaten, damit sind gemeint genetische Erkrankungen, die wir bei diesem Tier abgetestet haben. Unter Merkmale sind Merkmale wie Fellfarbe, Fellform und so weiter gemeint. Diese Daten werden in Kürze verfügbar sein. Aktuell haben wir eingespielt oder können wir einspielen, die Daten der Diversität und die ISEC-Daten. ISEC heißt DNA Fingerprint oder DNA Profil, so ist es den meisten bekannt. So, wenn wir uns jetzt mal die Diversitätsdaten anschauen, dann sehen wir eben hier zum einen die Daten des Inzuchtkoeffizienten. Das heißt, wie sieht mein Tier im Vergleich zu meiner Rasse aus, beziehungsweise im Vergleich zu allen anderen Hunden. Wir haben hier die Heterozygotie angezeigt und wir haben die DLA-Daten angezeigt. Wie das hier in diesem Menüpunkt ganz genau funktioniert, was man damit ganz genau machen kann, was diese Daten bedeuten, das zeige ich euch in einem eigenen Video. Das blenden wir oben ein. Ansonsten gehen wir hier mal weiter auf die ISEC-Profile. ISEC-Profile, das ist das gewöhnliche ISEC 2006. Das ist das, was fast alle von euch aktuell kennen. Da werden eben 21 Marker angeschaut und ein Geschlechtsmarker und da kann man quasi die DNA-Profile hinterlegen. Die sind dann nötig, um Vaterschaftsabstammungen zu machen. ISEC 2020 in neuerer Zeit, also wenn man sieht, das sind die Jahreszahlen, wo man erstmalig damit begonnen hat, dann sieht man, wir arbeiten jetzt eigentlich mit einem System, was schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und aufgrund der Anzahl der Marker teilweise oft schon bei manchen Rassen ein bisschen schwierig geworden ist, da noch den Vater eindeutig zu erkennen. Deswegen hat man sich 2020 auf ein neues System geeinigt und wir sehen schon, während wir hier 22 Resultate haben, haben wir da über 229 genetische Resultate. Das heißt, wir haben hier am Ende des Tages 229 einzelne Marker, wie man da sieht, das ist eine ewig lange Liste an Daten, die ausschließlich dafür gedacht sind, den Vater oder die Mutter eindeutig nachzuweisen. Ich weiß, viele von euch kennen diese ISEC 2020 Marker auch in Verbindung mit angeblich einer genetischen Diversität, was natürlich absoluter Blödsinn ist, weil diese 230 Marker wurden ja explizit so ausgesucht, damit sie möglichst unterschiedlich sind und damit man möglichst eindeutig ein Individuum identifizieren kann und hat natürlich überhaupt nichts mit diesen Diversitätsmarkern gemein, die auf Basis von knapp 60.000 genetischen Markern stattfinden. Das heißt, hier von einer genetischen Diversität zu sprechen oder die dafür zu nutzen, ist in meinen Augen eigentlich Blödsinn. Was haben wir hier noch? Wir können uns auch noch das Dogmatching anschauen. Dogmatching heißt, ich möchte aktiv jetzt ein Tier von mir verpaaren und wenn wir da jetzt, wenn wir da durchschauen, ich suche mir einfach mein Tier aus. Ich nehme jetzt wieder den Borg, den haben wir jetzt schon die ganze Zeit gehabt und wenn ich sage, ich möchte den verpaaren, dann wähle ich den einfach aus und gehe auf Finde einen Partner und schwupp mit dem Knopfdruck hat sich eigentlich all das, was bisher stundenlang gedauert hat, erledigt. Das heißt, ich kriege alle Border Collies in dem Fall, die in der Datenbank hinterlegt sind, abgeglichen auf Basis der genetischen Daten mit meinem und finde so den best passenden Rüden zu meinem Hund. Das heißt, jetzt nicht verwirren lassen, die heißen bei mir jetzt alle Borg, ich war bei der Namensfindung nicht kreativ, aber das heißt, ich habe hier Platz 1, wo ich eine hundertprozentige Diversität habe zu meinem Hund oder das ist genetisch betrachtet eigentlich die Hitlist, Platz 1, Platz 2, Platz 3. Möchte ich auch gleich dazu sagen, heißt nicht, dass Platz 7 schlechter ist, er ist einfach in der Reihung her ein Ticken dahinter und jetzt beginnt eben das, dass ich sage, ich schaue mir das im Detail an, machen wir aber nochmal ein eigenes Video dann dazu, wo ihr ganz genau seht, was bedeutet das, was heißt das, blende ich euch auch oben ein. Ja, soweit eigentlich mal zu dem Thema, ihr habt mal eine grundlegende Übersicht bekommen, was kann man mit der MyFairagen-Plattform machen, was können wir euch alles zeigen. Wie gesagt, ihr habt alle eure Hunde-Daten drin, ihr habt die genetischen Daten drin, ihr habt die DNA-Profile drin, ihr seht sofort, welche Profile oder welche genetischen Analysen sind durchgeführt wurden, was fehlt mir vielleicht noch. Im weiteren Verlauf wird es auch sehr einfach sein, wenn jemand so einen Test gemacht hat, dass man sagt, okay, ich möchte nicht alles auf einmal machen, ich beginne mal mit der Diversität und man kann dann im Nachgang aber die restlichen Daten freischalten. Das bedeutet auch, wenn ihr in Zukunft irgendwann mal von eurem Zuchtverband angesprochen werdet, ihr braucht ein 2020er Profil und ihr startet jetzt bei uns mit einer Diversitätstestung, könnt ihr diese Profile einfach nachordern, ohne neues Material schicken zu müssen, beziehungsweise das könnt ihr haben, innerhalb von Minuten, die Daten liegen vor, wir berechnen die neu und zack, ist das schon freigegeben. Ja, soweit von meiner Seite, einen Überblick habt ihr bekommen, ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder dabei seid, damit ihr die nicht versäumt, ganz wichtig, unten auf die Glocke klicken, abonniert unseren Kanal, freut uns besonders und vor allem, ihr seid immer up to date, auch wenn jetzt die neuen Videos rauskommen. Wir werden versuchen, in Zukunft stetig hier neue Erklärvideos darzustellen, auch eben wie schon besprochen, die Detailvideos. Ansonsten, wer Fragen dazu hat, gern einfach in den Kommentaren hinterlassen. Alternative 2, wir blenden euch auch die Kontaktdaten ein, sprich E-Mail-Adresse, ansonsten seht ihr auch im Abspann nochmal die Telefonnummern und so weiter, das heißt, man kann uns finden und mit uns sprechen, jederzeit. In diesem Sinne, freut mich, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, euer Michael von Ciara gehen. Ciao!